Diesen Weg werde ich jetzt hochgehen. Auf meine linke Seite ist noch ein bisschen Wiese. Dahinter fängt dann der Mais an. Hier haben wir ein Getreidefeld, Weizen. Soweit wie das Auge reicht hier, Weizen. Ein kleiner Vogel. Das Getreidefeld ist ein Reh. So, hier haben wir nun das Maisfeld. Dann weit vorne, wenn wir sagen Hintergrund, haben wir die Windräder. Ob die hier zu sehen sind, kann ich euch nicht sagen. Mit bloßer Auge sind sie zu sehen. Ich setze meine Wanderung diesen Weg fort bis am Waldrand vorne. Und dann werden wir weitersehen. Ihr habt da gleich einen Wandersmann im Blickfeld. Uhuuu. So, ich werde ein bisschen in Maisfeld laufen, wie der Mais ist. Das kommt langsam hier am Mais, aber dieses so Mickerich, die ist ja die meisten Pflanzen, das wird noch, wenn es mehr regnen würde, nicht so viel Trockenheit. Da sieht es auch, wie hoch der Weizen ist, werde ich mich mal nun reinstellen. Hallo Kameramann, hier bin ich nun drinnen im Weizenfeld. Siehst du mich? Hallo Kameramann. Da hat er mich gesehen. Wer sieht, ist das hier ein fahrbarer Hochstand? Da werde ich dann jetzt rauf gehen und von oben Luftaufnahmen machen und dazu. Für 77 hoch auf dem Hochstand. Ein Rundrumblick zeige ich euch von Hochstand her. An Sünden fährt ein Zug vorbei, über die Kornfeld geguckt. Diesen Weizenweg gehen wir hier gleich wieder lang, diesen Weg am Kornfeld. Da machen wir eine kleine Rast-Picknick, genannt. Und nun werde ich euch zeigen, wie ich noch so drauf bin. Ja, ich habe den Stein angehoben. Hier liegt er, die Monster Monstrum. Ja, es fängt schon wieder an langsam zu trüppeln. Aber wir machen gleich eine kleine Rast. Auf dieser Bank mache ich jetzt mal einen kleinen Picknick. Sollen wir mal was essen und was trinken. Was man so in den Rucksack noch hat beim Picknick. Wir machen jetzt mal eine Flasche schwarze Johannisbeersaft mit Apfel. Und was sagt die Tüte? Hier sind Wiener drin. Wiener Würstchen. Wo ein Würstchen weg bin. Der diese Tüte. Jeimernisbeersaft mit einer Flasche. Die Tüte sind gleich relativt. Jeimernisbeersaft mit einer Flasche und der Flasche eine Flasche sind immer die Flasche. Bei der Flasche sind immer noch ein bisschen mehr anders. Ein Stück durch das Flasche. Ich komme mit einem Flasche. Bei der Flasche in der Flasche in coordination. Und wenn wir nicht die Flasche hier sehen, Prost, Kameramann. So, nun zeige ich euch, wie ich Picknick noch machen kann. Ja, im Freien, weil wieder einpacken ist wie ein Freiheitsvideo weh an. Aber so kann man auch Picknick machen. Oder nicht? Und dann schlipsen wir an. Daher sitzen wir natürlich auch im herrigen Wind und die Sonne genießen. Aber für mehr heute September Wolken. So, ich stelle mal ein bisschen hinter der Bank. Wer noch was sieht von mir. Jetzt kommt euch gleich nochmal ein Wandererautokurve entgegen. So, erst mal den Rücken von den Wanderern und den Wind. Schau, das ist der Vordersteil jetzt von den Wanderern. Hier so wandern. Ich freue mich in der Natur. Ich freue mich in der Natur.